Herzlich Willkommen bei MOTHER GUNSHIP Cool Spiel MNC6 live angezogen MOTHER GUNSHIP Guns Crafting and Range Give it up Willkommen zu MNC6 Willkommen bei MOTHER GUNSHIP Gun Crafting Range Wird einfach angezogen So hier ist Video gerade Was man als Geeks Auti Vorhin habt ihr gesehen Obwohl Es sind ja nur so Roboter Gegner Meistens Cool Waffen hat man Muss man halt auch powern die ganze Zeit Wenn man eine hat Bis Ultimo Wie bei der Gatling Gun 10.000 Gatling Guns Einen haben Oder so Ja Sieht euch mal ganz gut aus Ja hier 10.000 Schießapparate 2.000 2.000 Machen Oder wie Aber es warte mir nicht Hm Sag mal nicht Ja klar Ich weiß nicht Ja Besser als Ich gesagt habe Wenn ich eben gezockt habe Was für Knaden Ich weiß nicht Ich weiß nicht Adrian Craig Äh Das ist ja recht nicht Ist ja nicht Ja Eigentlich Wie Ich weiß nicht Ja Sehr gut Äh Ja Ich weiß nicht Wir kommen einfach So Ja Wir kommen jetzt Der Das ist echt nur Roboter-Gegner, wie ein Tower auf ganz einem, sondern jeder Level ist halt quasi die Wendung, wo immer wenn man in die Tür reingeht ist der Raum immer wieder anders. Denk mal. Warte, Knabe. Denk im Arsch, ey. Ich bin in der Schwester dabei, den Ego-Shooter, so jetzt sind wir so gegen Zombies, also mit Blut halt. Die Leute im Kopf explodieren und so. Cool. Ja, wäre cool. Ist nicht cool. Ist nicht cool, was nicht cool ist. Ja. Ja, aber wenn dann immer dann durch die Tür, dann kann man seine Waffeln noch verbessern, Munition kaufen und so. Man hat doch irgendwie sauviel Leben. Bin eben ziemlich oft gestorben. Bin immer wieder aufgestanden, bis die Demo vorbei war. Halt. Das war die Artikel in der Weltkrieg. Ja, ja, ja. So. Ich weiß nicht, was er denn in der Playstation explodiert hat. So. Das war gerade Video. Wir können mal Sachen holen und kaufen. Aber wir müssen machen, wenn man sich nicht klare. Wenn ich mit dabei war, was mir geht, hab ich eben schon mal gesagt. So, wenn das Video gefällt, lass mal ein paar Likes in der Roller. So, ich würde mich freuen. Na, für dieses coole Spiel. Und Blut ist auch mit Öl. Machen. Ich bin ein bisschen schwer. Ein 100 Minuten Video machen. Ich hol's. Ja. So, man kann auf ich springen. L1 kann man springen. Und auf L3. Hier. Der Stick. Da kann man hochspringen. So. Komm, mach ja mal. Hier ist Faust zurück. Faust zurück. Später hat man da auch eine andere Waffe. So. Da braucht man ja Energie. Ist noch mal. Stehen wir an den Sinn. So. Läschen wir zum Beispiel auf. Hier. 180. 180. Krass, ey. 180. Krass, ey. Cool. So. Mach's vielmals. Das ist mehr cool. Hier. Spiel rein. Ich kann mich eben weiter. Boah. Anfang schon so hart. Was war hier. Voll. Mist. Kling auf die Eier, ey. So. Dann kann man hier halt. Joes Arms and Armory Crafting Station. Voll gespult. Sachen halt bauen. Jetzt bau die Scheiße in der Pelz. So. 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 Später hat man da noch. Noch mehr Läufe wo man rausschießen kann. An der einen Waffe hier. Es gibt ja Millionen Waffen. Wo alle tausend Waffen verbessern kann. So. Jetzt kommen wir in die Tür rein. So. Hier ist mal. Jetzt mal. Jetzt mal sieht der Raum auch anders aus. Aus. Das ist so. Es geht falsch. Ja. Hier kommt die Ober-Tree rein. So. So sieht es halt aus. Ja. Jetzt läuft mal nicht gut. Auch nicht Öl. Oder. Auch schon. Ach schon. Ich kann nicht leben oder was, das ist demutfreund. So, ab und ab. Ich werde hier noch zu grüner gehen, da kräft ich lieber an wie das. Au, bläh. Ja, was ist das? Ja. 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 Ich muss mit ihnen töten, wir planen weitergehen. So, mal schauen, ich scheine Kohlen oder irgendwas die Waffe abzuspielen. Halt. So, das ist mal wieder in den selben Augen, wie immer. Eih, die Pizza, nervt. So, ich kann nichts machen, egal. Ach, das geht nicht. Ja. Nächst gar nicht. Ich will halt immer so weiter. Ja. Das ist mal, man muss das Spiel in den Eindruck durchpacken. Sobald man stirbt. Ist halt quasi einzubringen. So, ich bin aufhört, wie immer. Da haben sie eine Dopplette. Ach so, leider. Außer ich kann schießen, vernichten, töten und den vernichten. So. Ich bin oben. Erzählig. Jetzt ist ein Freize so, kein einem Freund zu sagen. Jawohl, eine Freundin zu erzählen. Es gibt einen Knotpfand. Ein Knotpfand. Das ist ein Knot. Es ist eine Knotpfand. Dies ist eine Knotpfand. Und es verschwenden ist... Aber sie wäre mir sicher. Ehe ist nicht wichtig. Das immer bleibt. Du kannst ihn einfach verlassen und durch. Du kannst ihn einfach da nicht пишen. Behörden du kannst, dass er oft noch im Raum kommt. Du kannst ihn einfach weg, während er spricht. Er macht es dann keinen Sinn. Im Raum nicht sagt er will. Oh, schön schön. Der ist es vielen Dank. Das Mädchen, Reisegäu. Das ist eine große, gute Frage. Er steht, dass er uns von den Mitellen aus dem contenien. Wie gehen wir auf dem Video? Oh, und. Ich bin nicht wegen der Hauptschluss des Telefonnage. Ich bin doch, der redet der Fall ist, der really well ist. Die Demo kommt irgendwie in den Schirm, in den Schirm sein. Oder ladern hier in den Scheiß, ich kann direkt weiter machen. Kommt ladern hin. Naja, hier gehe ich auf jeden Fall immer ewig zu weit ab. Ja, die Brüder macht halt. Nicht mehr geduckt als Roboter, halt die Brüder. Der gut schmiert, denn der fährt gut, wenn der Zug geschmiert, der Valtal gefährt. Was? Ja. Das sind die Brüder, ja. Na, als ob er immer gut spielt, fährt ewig zu weit ab. Halt. Das ist... Ja, das kommt mal wieder in die Tür rein. Ich schätze mal, dass es doch jeder denn aus ist, so. So, hier, hier ist die Waffe schonmal. Es ist besser abgedreht jetzt. So. Habe ich hier zwei, drei Läufe, zehnmal. Den ganzen einen. So. Ja, mal wieder. Und so wird er dann wieder. Frei-Leiter. Ja. Raust ihr. Ja. Redel. Bescheid. Na. Da kann ich auch direkt weitergehen, so. So, super frühe Spiel, gefällt mir. Und geht dann ewig so weiter, dass man besser geholfen hat wie eben in Superville. Ja, frühe Spiel für mich. Nur schade, dass es ohne Blut ist, denn es wird richtig cool. Wir haben einen schnellen Evo-Shooter. Richtig an den Druck. Jo, öfterste Spiele sollte es geben, aber mit Blut. Bitte, Entwickler. Mach doch mal was. Aber coole Spiele, gefällt mir. Ein paar Likes verlassen, abonnieren oder wie auch immer. Ich mache noch ein paar Videos, bis ich tot bin. Deswegen, gefällt mir. Cooles Spiel, war cool.